Willkommen zum Erklärvideo Suchmaschinenoptimierung einfach erklärt. In den nächsten Minuten werden wir dir die Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung, SEO, verständlich und prägnant erklären. SEO steht für Suchmaschinenoptimierung. Aber was bedeutet das genau? Im Kern geht es darum, deine Website so zu gestalten, dass sie in den Suchergebnissen von Suchmaschinen wie Google besser gefunden wird. Ein wichtiger Aspekt der SEO sind Keywords. Das sind die Begriffe, die Menschen in die Suchmaschine eingeben, wenn sie nach Informationen suchen. Indem du diese Keywords auf deiner Website gezielt einsetzt und sicherstellst, dass sie relevant für deinen Inhalt sind, erhöhst du deine Chancen, in den Suchergebnissen weit oben zu erscheinen. Aber SEO dreht sich nicht nur um Keywords. Die Struktur deiner Website ist ebenfalls entscheidend. Eine klare Navigation und gut organisierte Inhalte machen es Suchmaschinen einfacher, deine Website zu indexieren und zu verstehen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Qualität deiner Inhalte. Suchmaschinen bevorzugen informative, gut geschriebene und relevante Inhalte. Je besser deine Inhalte sind, desto mehr Nutzer werden auf deiner Website verweilen, was sich positiv auf dein Ranking auswirken kann. Die Ladezeit deiner Website ist ebenfalls von Bedeutung. Eine schnelle Website wird von Suchmaschinen bevorzugt, da dies die Benutzererfahrung verbessert. Aber SEO hört nicht bei der Website-Gestaltung auf. Backlinks, also Links von anderen Websites zu deiner, sind ein weiterer wichtiger Faktor. Hochwertige Backlinks können deine Glaubwürdigkeit in den Augen von Suchmaschinen erhöhen. Denke auch an lokale SEO, wenn du ein lokales Geschäft betreibst. Das bedeutet sicherzustellen, dass deine Website in den lokalen Suchergebnissen erscheint, wenn Menschen nach Dienstleistungen oder Produkten in deiner Nähe suchen. Zusammengefasst, SEO ist eine Kombination aus vielen Faktoren, die dazu beitragen, dass deine Website in den Suchergebnissen besser abschneidet. Es erfordert kontinuierliche Anstrengungen und Anpassungen, um erfolgreich zu sein. Denke daran, dass SEO Zeit braucht, um Ergebnisse zu zeigen. Aber wenn du die Grundlagen verstehst und kontinuierlich daran arbeitest, kannst du deine Online-Präsenz erheblich verbessern und mehr Besucher auf deine Website ziehen. Wenn du professionelle Unterstützung bei der Optimierung deiner Website suchst, empfehlen wir dir das Unternehmen Company for You and Me. Den Link zum Unternehmen und der Dienstleistung Suchmaschinenoptimierung findest du in der Beschreibung unter dem Video. Das war's für heute. Falls dir unser Erklärvideo gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal!